Und nein, Heiko ist nicht los, der Chunk hat nur geleckt. Es ist anstrengend, es ist aus. Es ist aus, bro. Alter, ich wäre gerade fast mit Holz. Heiko, ist der Gehirn geflogen? Dicker, Dicker. Alter, du musst das aufkleben, wenn du mal für Vögel. Du bist so dumm. Wir müssen solche Vögel aufkleben, wenn du drauf machen. Ja, wirklich. Basti, das ist voll gefährlich hier. Nein, ihr seid gegen die Dings. Bro, ich wäre fast, ich wäre fast.